Hi, ich bin der Remy Martin, bin gerade auf der Durchreise zu einem Engagement nach Düsseldorf und habe hier mal einen kurzen Stopp in Bochum gemacht für die Pressekonferenz von Urbanetics und ich freue mich wie ein kleines Kind auf Dezember und auf die neue Show und vor allem auf die Jungs, das wird richtig geil, ihr müsst alle kommen.